Hiiii und Willkommen zu einer neuen Folge DGDBGDA Oh, die Truhe ist grad fertig geworden Für uns zur Bestellung Ja Wow Ok, und wir sind hier wieder mal in DGA oder und ja, was soll ich machen? Kamel 5 Ok, dann machen wir das erstmal Weil die Truhe auch noch was geiles ist Und ja, wir haben 9 Abonnenten erreicht Das bedeutet Ihr wisst hoffentlich Was habt ihr Guckt ihr Clash Royale Sorry Ne, wegen den Abbraten Wegen den Cut Also guckt ihr meine Folgen Clash Royale Dann wisst ihr was ich meine mit dem 10 Abonnenten Special Und zwar Fuck Ich wusste es Und Mein Clash Royale Wenn ich 10 Abonnenten hab Dann mach ich Ja klar ausprobieren Ich probiere Sachen gerne aus Was kann der? Naja Und zwar Bei den 10 Abonnenten Da lebt was Bei den 10 Abonnenten Special Ja Da wird es so sein Dass Ähm Wegen dem Wegen dem Ja Ähm Ich mach von jeden Also von Clash Royale Von Big Out Von Bouncy Von allem Drei Videos Drei In einem Tag Das mach ich Wenn ich 10 Abonnenten knack Komme ich raus Denk Patrick Denk 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 Komme ich hier raus Ähm Ich mach das jetzt einfach so Dings Und Das ist halt so Ich mach von jedem Also selbst von Von Five Nights at Freddy's Wenn ihr Fan von Five Nights at Freddy's seid Dann habt ihr echt Glück Und das ist echt Pech für mich Denn ich mach nämlich von jeden Drei Videos Wirklich von jeden Ja Das Laser tötet auch Dinge Und Jetzt Was Einem Tag von jedem Von allem Drei Also Das was ihr grad gehört habt Das ist die Nachhilfe von Ich bin grad alleine zu Hause mit Ähm Meine Schwester und Liebern und so Und ich weiß nicht Feiert ihr Clash Royale? Wenn ja dann mach ich zwei Ich mach zweimal pro Tag Wenn ihr Weil ich feier es Ich feier es Ich feier es Ich feier es Und ich weiß nicht Ich feier es total Ich würd mehr machen Wenn ihr wollt Wenn ihr wollt Oder ich mach Ähm Alleine weil ich feier Clash Royale So sehr Clash Royale ist halt so ein geiles Spiel für mich Ja Lasershooting Okay Ich mach Cut für euch nur Aber Hier legt sie wieder Puh Ich finde Laser etwas geil Ich muss ehrlich sein Ich finde ihn cool Etwas Das ist ein Eliminierer Der kann Sachen eliminieren Zack Eliminiert Nächster Der kann alles eliminieren Aber das wird immer mehr mal sein Und ich geh weiter Ich geh weiter Ich geh weiter Ich geh weiter Ich hätt mal hoch gehen sollen Gut Und das wird halt von jeden 3 Videos kommen, ne? Ja, ok Für euch Wir sind mit der entspannten rote Kiste Und öffnen wir nicht erstmal Den Knochen War doch klar Und jetzt noch Geld dazu, bitte Danke Knochen kriegst du Und wir gehen Oha Das brauche ich für meine Quest alles Alter, ich bin schlecht grad drauf Ich bin überhaupt so echt schlecht Irgendeinen Grund Erstmal einfach nur runtergraben Einfach so schnell boosten Grabing, was wir mal gemacht haben Da sind wir richtig weit gekommen Hier sterbe ich fast dabei Ok Geiz Aber ich will wieder runter Nach ganz unten Oder ich will ein Tor finden Quest erledigt Kann ein Geist nicht sterben Oh mein Gott Ist der gerade gestorben? Ich weiß es nicht Der ist gestorben Der ist weg gewesen Ich muss mich beeilen Ich muss irgendwo hin Und wo er mich nicht kriegt Oh meine ey Mission geschafft, danke Was ist deine nächste Mission? Oh Kann ich sogar Habers Oh mein Gott, ich muss noch einmal runter gehen Was ist deine nächste Quest? Diese Mission zerstöre ein Über Oh mein Gott, das schaffe ich Ich muss einen finden Oh mein Gott, das war so Pech gerade Aber wir haben genügend Geld, denke ich mal Oh mein Gott, das war so Pech gerade Oh mein Gott, das war so Pech gerade Oder Oder Nein, haben wir nicht Ist doch nicht dein Ernst, oder? Oh 70 Da sind zwei von denen Oh mein Gott, das ist so Unglück gerade, was ich hab Kaputt Wir haben die Quest geschafft Oh mein Gott, ich dachte da wäre irgendwas zum Aufsagen Aber wir haben wenigstens genügend Geld, um eine neue Spitzhacke zu haben, Leute Zerstöre, danke für die Musik, aber behol deine bisschen Zerstöre 150 Blöcke, okay In einer Runde, oder? Ach egal Zack, wir haben die neue Spitzhacke Und die nächste wird dann die hier wohl sein, oh yeah Ich hab ne neue Pigaxe Testimony, die hat mehr Abbaue Denke ich mal, sonst verstehe ich nicht den Sinn des Upgradens Da oben steht sogar, wie viele Blöcke ich abgebaut hab Ich baue einfach so viele ab, wie ich kann Oh mein Gott Scheiße Wenigstens hab ich den 500er aufgesammelt Leute, etwas Und wir öffnen eine legendäre Truhe heute Das wollte ich euch auch sagen Hm Okay, was ist da wohl drin Legendär Okay, braucht man 1 oder Joaah, 15 Das war nicht so cool Hier ist ein Goldener Eine Kiste Das hält ja viel aus Da, oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin... Ich hab ich davon... Oh mein Gott Die Goldene muss sich immer zerstören Davon wusste ich nichts Wusstet ihr was davon? Ja, na natürlich Na wie immer Ich grab mich grad straight runter Okay, aber die Mission mit den 150 Blöcken abbauen Die kriegt man ja für zwischendurch Das ist ja eine gute Auf... Das ist voll die leichte Aufgabe Ich drohne mich aber mit Nice Nein, ich hätte einfach unten bleiben können Ich zahle 1 170, kommt Dschungel Dschungel Style Okay, hier bleib ich vorsichtiger Ich sag, wir sind schon oft runtergegraben, aber... Ja hier die Mission mit den 150, die krieg ich schnell hin Hier, ich bau grad nur Blöcke und so Gut, ich lass mich töten Um eine neue Mission zu kriegen Denn heute ist mein Ziel gewesen, richtig viele Missionen zu schaffen Äh, ne die Drohe, nach denen wir jetzt erst reden Die Mission ausgrabe fünfmal Die Mission ausgrabe fünfmal Ich glaub das ist... Ah, ich versteh... So, es stört Okay, die Mission ist auch nicht so schwer Die Mission sind alles so easy Ich grad bekomm das ist mein Glück Ey eigentlich Zack Ich muss den... Zack tot Okay, das wird jetzt etwas dauern Aber immerhin kriegt man dafür einen Schlüssel Fertig gleich Ich glaub noch einmal muss ich das machen und das war's Für die, die die Aufgabe noch nicht verstehen Fünfmal in der Erde rein bohren Nein, guck die damit... Ich hab sie nicht verstanden, deswegen... So, nächste Aufgabe Gute Arbeit, nein, die Mission töte eine Starre Eine Fledermaus, okay Ich muss überhaupt erst mal eine finden Ich hab ein Fledermaus gefunden Aber an einem sehr dummen Ort war sie Das war sehr dumm Das war das dümmste Ort der Welt Die Folge ist auch gleich zu Ende, ne Ich seh grad nicht so viele Fledermäuse Ich erspieß mich dann eben Ja gut, denn das war's wohl eben Gut Ich hoffe euch hat diese Folge... Was ist denn noch schnell? Ja, ich kann Truhen öffnen Eine öffne ich für euch noch Munition Schau mal, also das klappt ja super bis jetzt Wir haben die bald... Ja, okay, was heißt hier bald? Wir haben ein Drittel erst, ne Ähm, Dings Ich hoffe euch hat diese Folge Ähm, dir egal oder dir gefallen Ja, gebt einen Daumen hoch, da wenn ihr mehr sehen wollt Abonniert mich, wenn ihr's noch nicht getan habt Und liked das Video, wenn ihr mehr sehen wollt Ja, und das war's Ich hoffe euch das gefallen Bis zum nächsten Mal Und ciao Los